Der Abend war ein großer Erfolg und das alles wegen dir. Was meinst du, lassen wir das Auto hier und nehmen ein Uber? Weißt du, wann meine Eltern zurückkommen? Du musst dir wirklich überhaupt keine Sorgen machen. Wir sind Broker. Wir kaufen und verkaufen unbezahlbare Kunstwerke. Irgendwann will ich genau alles das haben, was sie haben. Alles in Ordnung? Ja. Nein, nein, bitte geh weg! Ich kann sie nicht finden. Das ist nicht Teil unseres Platzes. Er hat sich geändert. Sie sind gleich zu Hause. Also sollten sie jede Minute drin sein. Du findest sie und schmerzt sie ein. Irgendwann will ich genau alles das haben, was sie haben.